Ich transformiere mich in Layla von Wingsum, aber erstmal brauchen wir Materialien, Leute. Ich plane nämlich sogar, die Flügel selber zu machen. Die Einkaufsliste habe ich von einer Freundin, die einfach bar bar Flügel schon mal gemacht hat. Ich hatte aber einen Schock. Es ist teuer. Ratet mal, wie viel mein Einkauf gekostet hat. Ich hoffe mal sehr, dass es sich lohnt und heute Abend mache ich die Flügel fertig.